Was für mich auch wichtig ist, ist einfach diesen Bedarf an Wissen. Das ist für mich schon fast ein Marktplatz. Also wenn ich das selber hätte recherchieren müssen, das hätte Wochen gedauert. Sehr intime Gespräche, sehr kurzweilig, macht wirklich viel Spaß. Eine Wahnsinnsveranstaltung, ein unglaubliches Ambiente, in dem man hier ganz tolle Vorträge zu hören bekommt. Der Erfolg entsteht durch Information und Kommunikation. Und bei uns, beim Peter-Hertrick-Forum, gibt es beides. Und das macht den eigentlichen Wert aus, dieser Veranstaltung. Und klassische mittelständische Themen, wie Nachfolge und Prozessdigitalisierung zusammengebracht wurde, mit den klassischen Innovationsthemen und Startup-Themen. Also von KI bis zu anderen Themen. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.